Hi Leute, herzlich willkommen. Ganz, ganz kurz. Gestern erschien ein neuer Story-Trailer für das Game Horizon Forbidden West. Ja, ich habe euch da ja über mein Community-Tab schon einen Link zukommen lassen, aber jetzt wollte ich trotzdem eine kurze Reaction dazu da lassen und wir schauen uns den nochmal gemeinsam an. Wir starten und los geht's. Verrückt, Leute, sowas von verrückt. Hier, einfach genial. Es ist echt ihre Stimme aus dem ersten Teil, super. Die Farben, wow, das haben wir schon gesehen. Boah, was ist denn das für eine Maschine? Hilfe! Oh mein Gott! Boah, das ist... Stopp, Leute! Seht ihr das richtig? Ist das irgendwas von der NASA? Space Shuttle oder so? Oh mein, wow, wie geil. Das ist ja auch San Francisco, die Bridge, genau. Das hat man ja schon mal kurz gesehen mal. Ah, der Wahnsinn! Ich sag's euch, das ist so schön. Ich finde, fast jedes, jedes CD ist da ja ein Wallpaper wert. Ich habe sogar eins mir jetzt aufs Handy, äh, ja, geschnippelt. Boah, boah, ey, schaut euch mal dieses Gesicht an, mit den Augen und allem. Das ist fantastisch, die Grafik. Rebellen-Anführerin Regala will alle beseitigen, die ihr Unrecht taten. Sie wird jeden Tod umgehen. Wer ist denn da alles dabei? Der Wahnsinn, welche Figuren vom ersten Teil. Oh, was ist das für eine neue Figur? Boah! Boah! Ah, er! Ah, der! Oh, nee, den mag ich gar nicht. Ich will ihn nicht. Oh, geil! Ich bin so gehypt, Leute, ich... Ich kann's ja gar nicht sagen. Ich freue mich so. Boah, da kommt ein Dings nach dem anderen hier in dem Trailer. Das ist so der Wahnsinn. Man ist total überflutet von Eindrücken. Was war denn das? Moment. Was war das? Für ein Tier? Irgendwie. Boah. Boah. Ha, 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 ha. Ist das ein Wurm, oder was war das? Oder so ein Sand? Äh, keine... Meine Güte. Ich weiß nicht, ob ich einen Weg finde. Jo, wir finden einen Weg. Auf jeden Fall finden wir einen Weg. Und jetzt... Boah, geil. Es ist so super. Doch. Ich bin so gespannt. Oh. Die Farben auch. Das hatte ich ja schon erwähnt. Ich bin ja so gespannt auf die einzelnen Stories der Figuren. Was war das? Ein Dings nach dem anderen hier. Ah, da kommt die Schlange. Ah. Wie geil. Leute, ich bin so gehypt. Ich kann es niemandem sagen. Es ist... Wir finden die Antworten. Ja, logisch. Und das ist ganz interessant. Es gibt noch andere. Außer wir. Und jetzt kommt eine Figur, die ich überhaupt nicht kenne. Und das... Leute, schaut es euch die mal an. Also, ja. Sind da noch andere mit beteiligt, die da jetzt auf einmal in die Story reinkommen? Irgendwelche irgendwie... Ja, von Außerirdischen oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Oder aus der Zukunft oder wie auch immer. Ich bin da echt gespannt. Also Leute, wir sehen uns spätestens beim Unboxing meiner Collector's Edition oder wie auch immer. Und ich freue mich drauf. Und jetzt sende ich noch viele Grüße. Bis dann. Ciao. Ciao.